Ecoma ist seit der Gründung im Jahre 1989 in Ravensburg durch stetige Weiterentwicklung für seine Kunden zu einem unverzichtbaren Partner im Bereich Hydraulik- und Pneumatik-Dichtungen geworden. Wir produzieren Dichtungen für den Maschinen- und Anlagenbau, für den Pressenbau, für die gesamte Mobilhydraulik, im speziellen Bereich Baumaschinen, wo wir sehr stark tätig sind und nicht zuletzt im Lebensmittel- und chemischen Bereich, wo wir Werkstoffe haben, die FTA-Zulassung oder eine FTA-Konformität haben. Im gesamten Bereich können wir sagen, dass wir ca. 20 Werkstoffe verarbeiten für die verschiedensten Einsatzbedingungen, die der Kunde von uns fordert. Von 2,5 mm bis hin zu 2.500 mm Durchmesser. Zum Sortiment gehören Abstreifer, Stangendichtungen, Kolbendichtungen, Rotordichtungen, Führungsringe, O-Ringe, Stützringe, Flach- und Pflanschdichtungen, Dichtungssätze, Kunststoffdrehteile sowie Vulkanisierteile. Ecoma entwickelt zusammen mit dem Kunden bereits während der Planungsphase die passende Dichtung. Individuell und an die Bedürfnisse des Kunden angepasst. Moderne Technik macht es möglich, Dichtungen kundenspezifisch zu fertigen. Als zertifiziertes Unternehmen legt Ecoma Werte auf Qualität und Flexibilität. Fortwährend werden Dichtungsprofile und Werkstoffe weiterentwickelt, um den Kunden Anforderungen gerecht zu werden. Unsere Dichtungen bereisen die Welt. Nicht zuletzt durch unser hochqualifiziertes Personal, ohne deren Einsatz dieser Erfolg nicht möglich wäre. Ecoma. Ein verlässlicher Partner. Weltweit. Mehr Infos erhalten Sie übrigens unter www.ecoma-dichtungen.de